Grüß euch, ich bin der MacLammon. Am 30. Jänner, das ist ein Montag, findet die 50. Krypto-Party in Wien statt. Ich sehe, da sind ein paar Leute, die sind seit Anfang an dabei. Sehr cool. Wir geben noch immer nicht auf. Das Kernthema wird diesmal sein, natürlich, wie es zu erwarten war, eine Rückschau auf den 33C3 mit ganz vielen Eindrücken von denen, die dort waren und ganz vielen Tränen von denen, die es nicht geschafft haben. Der 33C3, für die, die es noch nicht kennen, ist die 33. Inkarnation des Chaos Communication Congress. Das ist die jährliche große Veranstaltung des Chaos Computer Club aus Deutschland. Zudem natürlich auch der Chaos Computer Club Wien und viele andere Organisationen anreisen weltweit und dort einen ganz, ganz großartigen Kongress mit ganz vielen Vorträgen. Ich glaube, über 170 Vorträge waren es diesmal in Sextracks und hunderte Workshops. Und dazu werden wir natürlich ein bisschen Eindrücke weitergeben, was dort so passiert ist, was ihr verpasst habt, wenn ihr nicht dort wart und warum ihr das nächste Mal auf jeden Fall mitkommen wollt. Ja, 30. Jänner, 19 Uhr, Location sollte dann demnächst auch fixiert sein und auf der Webseite kryptoparty.at zum Nachlesen sein. Dankeschön. Dank dir. Kurze Zwischenfrage. Gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit für eine Führung im Mitterlab nachher? Genau, also für Leute, die zum ersten Mal da sind, sind doch einige, kann ich schwerstens empfehlen, einfach bei dir melden, oder? Genau, einfach beim Pepe McLemmon melden und dann zeigt er euch noch ein bisschen... Okay, Independence-Kämpfer. Okay, ja genau, dann sind wir ein bisschen auch was, Hardware und so weiter. Okay, bitte. Okay, danke.